Das 2.0 in die Pause, aber wenn alle das wissen, wie auch andere auch schon erlebt, kann es richtig schnell gehen. Da kann man den Gegner getrunken, wenn man einen 1.2.0 befallt, also nicht so früh, wie man ein Karte zieht, aber noch das 2.0 hat gestanden. Und wenn man noch was richtig schnelles gibt kann, dann fällt auch schon das nächste Tor. 3.0 für den ersten FC Köln. Vorschütze, der Spieler wird dabei, der Krohr-Tschuldner. Dank für Schuldner, ganz interessanter Mann bei der Kölner, schon 28. Spieleverwaltung, ja, also hier nichts. Und nun ist der entscheidende Spiel, aber wir haben dann noch 9 Minuten zu gehen. Erstmal eine kurze Halterpause und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Halterpause.